Oh, ich hab die Bombe. So, da ist er wieder, Standardaufbau. B-Split. Ja, ne? Ja. Der Weg, ich geb dir die Bombe. Nein, nein, kein Klick nach vorne, ich bin lieber B. Ja, was ist mit, gleich auf B nehmen, das ist am besten. Pass auf, AWP Mitte, ne? Ja. Oder K. Blende war grad, Blende war K. Apps off. Apps off. Die Teiländer rumrennen. Die AWE steht die ganze Zeit in Mitte, ne? Geht lang, immer. Pass auf. Einer steht Zement, glaub ich. Ne, jetzt nimmt die Kuss. Oh, mit der Gesetz von denen. Du hast nen smoke, ne? Wo soll ich da hinsmoken? Dort gleich, du musst auf die andere Seite. Ja, es geht aber schlecht, weil, äh, trotzdem fröhlich da vorne steht. Links ist die AWE. Dann musst du über's X-Moken versuchen. Wo war der Schiss noch? Hinten, oder was? Ganz hinten, aber der Kuhn gestanden oben drauf. Ja, du hättest auch nicht so weit vorgehen sollen. Smoke jetzt. Warte, warte, warte. B ist noch nicht smoke, den Zweiter. Ja. Sind, was seid ihr denn gerade? 25 Sekunden. Mach dir nix. Alles da, ist nicht gesmoken, das war's. Jetzt smoke? Ne, das war's nicht, Junge. Jetzt mach. Alles da mach. Jetzt smoke. Jetzt smoke. Ja, wir müssen auch langsam, ne? Ja. Ja. Ah, wir down. Hier hinten ist smoke. Smoke City. Durch City durch. Wartet noch kurz, wartet noch kurz. Nee, das ist jetzt 20 Sekunden, Junge. Hier auch noch gleich. Granaten. Granaten. Komm rauf, komm rauf, komm rauf, komm rauf. Ja, noch sind Highlanders nahe. Keiner kommt, du bitte. Ich guck, Banane. Das war ein Kabeltrommel. Ne, also A, wir sind ja mit zwei in City. Ich siehste ja auf dem Radar. Du musst Banane runter gucken. Trottweig. Junge, hat das pervers funktioniert? Oh. Ey. City, Junge, City. Echt? Wollte sie nicht gut herkommen. Das ist so win. Alter. Ich guck hier so in der Weltgeschichte rum. Kurzes Abschluss weg und dann. Oh, der kann weiß ich nicht. Kann ich dir echt nicht sagen. So, warte. Vielleicht stand der die ganze Zeit auf dem Netz drauf oder so. Kann man. Ähm. Lass mal. Ähm. Lass mal gleich B probieren. Wir nehmen die gleiche Pose wieder ein. Wir kommen dann zurück auf B. Hast du einen guten Brand? Ja, ja. Okay, genau. Dann machen wir gleich mit dem B. Go, man. Naid mal in der Mitte nach oben. I am throwing a grenade! War das dein Arbe? Nee, Diegel. Nee, Diegel. Grenade! 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 Wir sind nicht so aggressiv, ne? Da einfach stehen bleiben, wo du jetzt stehst. Ja, einer steht hier am Hause. Ich will mal jetzt dahin smoken, wo ich dir gesagt habe, Scherbeck. Ich smoke ihn jetzt nicht. Ach so, wir kannst ihn machen. Willst du es auch einmal ausprobieren. Throw me the smoke. So, jetzt kannst du mich reinsteppen. Das ist sinnlos. Nee, machen wir nicht. Wir gehen B. Wie ich es gesagt habe. Komm, wir gehen jetzt B. Kannst du smoke ich schon mal CT? Nein, noch nicht. Okay. Halt die Waffen an. Guck, warum guck da hin? Ja, genau. Fieße? Junge. So, wir gehen jetzt B. Drei. Zwei. Eins. Mal. Ab, das ist die D-Swo. Ja, ja. Ja. Der Mahony. Warum sagen die denn das mit dem Server? Warum sagen die denn, leckt das bei euch oder so? Was? Ja. Immer kurz vor Ende, leckt es kurz, ja. Kann auch sein. Kann auch sein. Ja, aber... Im Game hat es vorher auch mal geleckt. Auf jeden Fall. Ja, gut. Das ist natürlich auch eine Erklärung, dass wir verlieren. Äh, dass wir gewinnen. Nee, das nehm ich. Aber das nervt halt zusätzlich. Ja, wer will. Was jetzt? Arma oder was? Standard-Prosi einnehmen wie immer. Und dann versuchen wir in Argo. Brombe mich oder Brombe? Oder irgendwer von den beiden. Nein. Ich. Mitte, Awe. Vorsichtig, Mitte. Mitte, High runter. Und Smoke. Der ist mit runter. Scheiße, bin blind. Arme, sorry. Warte, ich... Ähm... Ding war short, ne? Awe. Pass auf die Mitte auf, Koper. Uh, ne, die ist nicht. Hat einen Hit. Brennt's ja mal... Darkrum aus. Warte kurz. Bei mir ist einer. Okay. Ähm... Ich bin weg. Smoked. Hier, Smokest du bitte. Shorttime Smokest du lang. Aber Vorsicht, da ist die Awe. Ja. B muss schon mal runterkommen. Ja, wir stehen unten. Smoke. Wo wurde ich hin? Aufs Lang. Saß du, ne? Aufs Lang. Lang Smoken, kurz gehen. Alles klar. Smoke, setz. Okay, kurz rauspushen jetzt. Drei, zwei, eins, go. Nice. Sorry. Oh, lang ist man rein. Noch ne Awe. Hopp. Jetzt Library, vielleicht. Geh den Pit rein. Ich hab lang gesmoked. Ich geh ins Grave. Der ist schon hier irgendwo kurz auf dem Spot, glaub ich. Hau ab, Hau ab, Hau ab, Hau ab. Nicht, dass du da ne... Racer. Oh, lang war ne Awe. Einer Kurt, einer kommt Kurt jetzt. Juck lang Kopa. Hau ab, Ihr kommt jetzt kurz. Racer koppika hoch!! Tuck lang, Cobra! Tuck langst, zu lang, Tanaka! zeigt dich nicht! Du fahst zu viel. Oh, die war aber nicht! Irarian守 Library and Kurt! Au auch! Auflöxeln, aber... JAA, AAAAA! AAAAA! Er defused. Ne er kommt. Er defused. Da war schon wieder das Leck. Das ist ja bevor man stirbt, der Leck. Naja, weil er schon weiß, dass du stirbst und dadurch kommt das. Ja, das ist genau in dem Moment, wo er stirbt. Weil der Tod unvermeidbar war. Eh das, Alter. Ok. Ne, guck mal seinen Ping an, deswegen sagt er das. B gesmoked. Also Banane. Hey, Banane ist gut. Hab einen. Noch einer, noch einer. Nice. Einer höre ich aus hier irgendwo. Herbert, du musst mal sterben, wenn ich ihn tot habe und du nirgst. Da waren sie aber schnell unten du. Granit. Bente wieder. Ist... Fein. I am throwing smoke. Throwing smoke. Molotor. Moiler, einer. Sitz die Kraft. Kommt raus, geht. Hopp. Fein. Ich hab jetzt B angefackt. Ich hab jetzt Smoke und Molly geschmissen, ne? Ja, lass A an. Ok, ich fack auch nochmal an. Fack mit. Achso, ich wollte jetzt A rauf. Ja, lass die Bombe. So, ich dachte BF. Alles stimmt. Geschmoked. I am throwing in a blood bank. Alter, er steht direkt rum hier. Filzreaktion. I am planting the bomb. I am throwing in 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 the bomb. Noch Mahoni. Guckt, Onspot, guckt alles ab. Das ist Mahoni, Junge. Da ist er doch. Junge. Ich seh ihn doch, ja man. Das ist so easy. Was war denn da los, Alter? Easy, man. Ich hab keine Power. Du hast keine Power in hier. Move it, move it. Lass ich gleich nochmal auf A probieren. Diesmal versuchen wir lang. Schaut, dann muss man mal Short absmogen. Ich smoke dann Arch zu. Lass ich smoke. Warte kurz bis ich bereit bin. Ich blende mal rein. Flo, warte. Lass mal an. Run, run. Ja, warte ganz kurz. Jetzt gleich. 2, 2, 1, go. Okay, schiss. Schiss. Komm mit Mitte mit. Nicht, nicht. Ding. Ah, bin ich dumm, Alter. An deinem Haus, glaub ich, ne? Okay, go, go, go. Okay, go, go, go. Boah, die smoke war scheiße für mich. Und. Wo wollen wir jetzt in A? Ich hab das gerade nicht zugebrechen. Ja, A. A, ja. Islander P90 und ein AB4 auf A. Okay, man. Ich hab ja die Bombe. Ich flash auf den Spot. Oh. Hast du eine Library auf? Library 1, ja. Arm. Ich hab lang gesmoged. Abgepittet. Das ist zu weird. Diese komischen Server lagsch immer. Oh, es geht los. Es geht los. B-Kontakt machen. B-Kontakt. Was, B-Kontakt? Ja. B-Kontakt. Das heißt, drauf rennen oder was? Nein, nein, nein. Einfach. Im Fernseher einfach nur noch schleichen. Bis sie uns das erste Mal gesehen haben und dann alle raufspringen. Wo ist denn der Fernseher? Ja. Hier schleichen, hier schleichen. Falls ihr euch der erste gesehen wird, einfach rauslaufen. Einfach wird um euch schießen. Einfach. Ich bin wieder vorne. Das ist doch die gute alte Werbe von uns allen hier. Na, auf jeden. Einer. Auch offen. Wo ist einer? Down. Ja, ist er auf dem Spot jetzt. Down. Down. I am planning to mount. Ähm, Küche ein. Und wie kommt einer? Ich gucke in Ebs. Einer Ebs. Boah. Einer noch. Einer noch. Down. Ebs kommt einer, ja. Flo ist der letzte. Was? Ja, ja. Er dreht ein bisschen durch mit der USP. Er läuft zurück. Oder vor. Mal gucken wer jetzt trifft. Ja. Eher, weil ich immer zufrieden bin. Ja. Eher, weil ich immer zufrieden bin. Dann hat er noch 1 AP gehabt. Weil ich hab ihm auch 20 gegeben. Wir gehen Mitte, smoken. Einmal Window. Einmal Dingens. Äh, Connector. Und dann gehen wir durch, über kurz auf B. Kann einer die Smoke hier vom Start nehmen? Nein, nein. Nein, nein. Ich fliege immer irgendwo anders hin. Ich habe jetzt Connector gesmoket. Einer smoked Window. Mal schauen, ob ich greffe. Also einer hat daneben geworfen. Die werden um 10 wahrscheinlich durch Connector sind. Ah, Connector ist auch nicht gut. Ne, höher geht sie nicht. Eine Ebs oben. Auf, 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 auf. Das zweites Fenster ist reingegangen. Smoke. Gentle. Ich hab oben und zu gesmoket. Tür hier einer hat mich down. Ich hab den Fenster. Tür, Tür. Down. So, egal, den Versiebener ist aber was denn hier. Steps im Ebs. Steps im Ebs. Oh ja, kommt das. Oh man. Terroristen gewinnen. Uiuiuiui. Weg sind sie. Ja Josi, es gibt was Neues zu meinem Intro, was ich für den Channel gemacht habe. Es gab eine GEMA Warnung, als ich es hochgeladen habe. Das heißt, ich muss nochmal machen. Drei gehen unten zu den T-Stairs. Und dann smoke wir alle gleich. Ja. Ich geh in den Palace. Ich smoke. Ich smoke Connector. Und ich geh gleich. Ich hab nicht zugehört. Junge. Geh mir Palace. Geh mir Palace. Flashbank. Nicht jetzt, noch nicht jetzt rüber. Ich smoke auf City. Die stehen. Geht hier? Hier oben flasht nur raus. Smoke. Okay und go. Go. Oben flasht raus und raus. Auf dem Spot. Case down. Wollen wir flattenen? Noch einer an der Kitzel? Wollen wir flattenen? Connector einer. Ah. Scheiße. Einer da im Winter irgendwo irgendwo irgendwo. Steht einer im Jungle. Ich hab noch eine Nade. Jawohl. Eine irgendwo. Irgendwann im Spot. Der müsste eine sein, wenn ich mich behörde. Der ist noch einer. Oben. Ja. Hä? Down. Der ist down. WTF? Der steht am CT. Der ist jetzt auf dem Spot gleich. Kann jemand mit der U- Alter. More lucken. Headshot. Ja ist es wirklich. Ja ja. Mit der U-P 10 Meter daneben ziehen. Und Hedgehot machen. Äh Michael. Deine MP 7. Hier hinter dir. Brauchst du nicht kaufen. Nee, ich schwimm in der Kau. Okay. Dann nimm ich die MP. Ja, mach das, ähm... Ich geh nochmal Palace. Lass doch mal das gleiche machen. Ja. Okay, ich smoke wieder CT. Cobra, bewahr den mal mit der Smoke. Wir müssen das zusammen machen. Ach so. Gut, ich stell mich schon mal hin. Geh mit hoch, geh hoch, Schizzle. Aber einer muss vor dir schicken. Oh, okay. Ja, einer muss mich up-saben. Pass auf, dass keiner rusht. So, wie sieht's aus? Sag, warte, Schizzle steht noch nicht. Machen wir mal. Warte, wir sind weggesmoked noch. Bei neun... Eier, halb weggesmoked noch. Smokensmoked. Ready? Eins. Zwei. Drei. Smoke up. Ja. Ich flash hinten in den Jungle. Ich weiß jetzt nicht sie. Einer steht in diesem... Jungle, einer. Meine Smoke war scheiße. Arbit. Jungle ist down. Oh, fuck. Einer steht auf der Seite. Ich hab Connector down. Musst eigentlich alles wechseln. Einer CT noch. Down. Oh, mit links vorne. Ich steh. Ich kann's blenden. Einer Jungle von uns. Oh, ne leere Waffe. Geil. Oh, ne leere Waffe, geil. Mich trifft's aller. Hast du den größten Kopf? Wahrscheinlich. Lass mal einen B-Split machen. Drei durch Apps. Zwei über Mitte. Und dann kommen die über kurz. Also die beiden von Mitte. Smoken dann wieder Connector und Ding ins Licht. Ich versuch mal die Fenster-Smoke. Wie war denn der? Ja, und zwei gegen einen. Mach schon. Achso, ihr macht das so. Warte, ich hab die Bombe dabei. Probe, nimm die mal mit für jemand. Ja, da müssen doch eh noch welche zu mir kommen. Ganz viele Steps drücken gegen. Die drücken gegen, oder? Ja, die können wir uns spawnen. Ja, jetzt haben sie auch noch die Bombe. Herzlichen Glück, Strumpf. Vier Mann am spawnen. Nicht einfach immer los smoken. Mal warten. 1.80 in 3. 1.80 in 3. Gehen jetzt zweit nach oben in die Mitte. Mal, da hat doch ein gutes Brett hier länger. Flo hat die Tasche voller Granaten. Und schmeißt keiner. Links oben. Ja, weil ich mich nicht verraten wollte. Die wussten ja nicht, dass ich hier bin. Der letzte ist hier bei mir nicht, ja. Schick. Ich komme jetzt vom spawnen aus. Wobei, ich hab nicht gesmoken, weil sie nicht wussten, dass ich da bin, deswegen. Achso. Ne, ich dachte nur an Nate, weil die standen ja alle auf der Bombe quasi drauf. Ja, ich wollte mich halt nur nicht so offensichtlich warten. Lass es nochmal probieren wie gerade angesagt. Schiss hast du gehabt. Schiss. Freigehen Mitte, wie gesagt. Eine Smokes Window. Wird das smoke warten? Einer Connector und die anderen drei gehen da hinten durch, mich ja du auch. Du kannst nicht, denn sonst musst du die Calls machen, weil du machst immer öfters was anderes. Weiß ich nicht, weil es dir nicht passt oder sowas. Wen meinst du denn? Sicher. Denkst du die AW? Kannst du zu smoke? Ich bin hin. Smoke zu schnell. Ja, Schüssel, jetzt. Habt ihr ge-smoke? Ja. Ich schau mal, ob meine smoke funktioniert. Ist die Reihenflogen? AB habe ich raus, eine noch durch. Jetzt, du machst den Kill. Durch, 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 durch. Eine war noch kurz. Da, da steht ein Feiler. Schüssel, move, schnell. Helf ihm, helf ihm. Durch, durch, jetzt fletten, fletten. Du merkst da einer? Bleib kurz, Schüssel, Schüssel. Schüssel. Eine noch, Schüssel. Burn! Da war einer, Schüssel, links. Kommt einer, links. Kommt einer. Sehr schön, Maul. Da war, ich bin der Maul. Ja. Was meintest du jetzt eben, Schlo? Ich hab nicht zugehört. Weil du eben, wo ich gesagt hab, wo die Ansage, da bist du dann einfach ins Palace reingelaufen. Palace gegangen, ja. Ich wollte eigentlich auch wiederkommen. Ich wollte eigentlich mal anfragen und dann nicht mitkommen. So, ja. Aber dadurch hab ich alle gehört, dass die KV stammen. Ja, klar. Das war wiederum ein bisschen lucky dabei. Ja gut, anders als wenn alle durchgezogen werden, dann hätten wir auch planen können. Die werden mal noch, weil die Smokin der Wette gegangen ist. Lass noch mal A gehen. Oder? Dann gehe ich Palace. Ja, okay, dringend um. Bei Palace. Bei Palace, drei hier unten wieder. Leise, leise, leise in Palace. Der Silence. So, ready? Ja, ready. Ich flash raus. 1, 2, 1, los. Flash hinterher. Poke von denen. Roar, flash. Brinnen vorher weg, flashdown. Oben, 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 oben. Einer ist hell drinne. Hier, wir entdecken. Einer triple? Einer war da am Connect an der Ecke. Palace ist clear, ne? To the window. Hier sauber. Einer Connector drinnen. Connector hab ich. Oben, Treppe auch einer. Necklauf ins Nerf. Einer ist in der Wrist. Hm.